Uebertrage finales Briefing. Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha-Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Eltesten. Kapseln in Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Grenzwert überschritten. Aktiviere Schilde. Glocken in Atmosphäre. Anmerktais in Atmosphäre. Glocken in Atmosphäre. Widerstände. 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 Alle Abwuchstaben werden gemäß Protokoll B32 abgebombt. Untertitelung des ZDF, 2020 07531. Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Verdammt! Komm schon! Geh auf! Ta... Taki! Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand. Der Ort ist gefährlich. 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 Wie ich sehe, kannst du noch campen. Gut. Wohin geht's? Der Runde Rupen ist bei 2 Uhr, 400 Meter vor uns. Das war knapp. Hier lang. Vorsicht beim Springen. Vorsicht! Das ist ein unbekannten Ergieber. Wer gehört mir? Achtung! Noch mehr! Gut. Los jetzt. Alles in Ordnung? Mein Körpergerüst! Nimm das. Das wird dich heilen. Danke dir. Da sind noch mehr. Verschwenden wir von here. Bevor noch mehr kommen. Da ist er. Das ist der Treffpunkt. Hier lang! Vorsicht vor Gartners Beschuss. Nicht anhalten, Lee. Weiter! Das war knapp. Sieht gar nicht gut aus. Los, komm! Ist das... ein Alpha-Nativa? Mach dich bereit! Oh, Manga. Nein! Nein! Der Rest der Einheit. Es gibt nur noch uns. Yves. Yves, jetzt reiß dich zusammen. Taki. Hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Yves. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Das war kein Alpha, aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Wir müssen das Versorgungslager finden. Warte, Eve. Ich höre etwas. Eve! Eve! Bist du verletzt? Ein Alpha-Nediba. Hierher, Freutchen. Du kriegst es mit mir zu tun. Nein! Nein! Ah! Eve! Verschwinde von hier! Taki! Zukunft! Zukunft! ну Diese Ruhe. Ja, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Der Alpha Netiba ist hier. Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Das hier muss Ador Seven sein. Ja, hier wurde der letzte Kampf der Zivilisation ausgetragen. Das war einmal eine gigantische Stadt. Irgendetwas fällt vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das ist also Regen. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Die Landschaft hat sich kürzlich verändert. Steinschläge. Pass auf. Kommt etwas. Super. Bereich gesichert. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Die Legion, die im letzten Krieg gefallen ist. Da ist ein verschlüsselter Code auf dem Stick. Ein Sicherheitskarte. Eine Art Eintrittskarte. Geht den Code mal ein. Das klappt. Yes. Die Gebäude stürzen ein. Das liegt am instabilen Untergrund. Man gewöhnt sich dran. Ein Lager der Legion. Ja. Ja. Genau. Das klappt. Genau. Man gewöhnt sich also an 50- 80-alen KM das noch nicht vor. Sie sind nicht clause baut, sondernUS KM genau an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gut Ab jetzt musst du wirklich aufpassen, Eve Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, eine alte Versorgungskiste der Legion Ist da was Nützliches dabei? Nicht von der Legion, Operatibilität sollte kein Problem sein Sieh zu, dass du alles mitnimmst Eve, pass auf Siehst du die Strömung? Wenn du stürzt, dann war's das Die Strömung des ZDF, 2020 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 Sieht vergleichsweise gut aus Nach dem Untergang der Kolonien Die Strömung des ZDF, 2020 Die Strömung des ZDF, 2020 Warte mal, da ist eine Fusionszelle Mach die Motorhaube auf Die Strömung des ZDF, 2020 Die Fusionszelle ist noch intakt. Die Fusionszelle? Das sind Hochleistungsakkus. Dank Ihnen gibt es auf der Erde noch Licht. Oh, also das Vorgängermodell der Ewigkeitszelle. Verliere sie bloß nicht. Sie ist nämlich sehr wertvoll. Die Fusionszelle ist noch nicht. 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 Eine Pfanne! Die Fusionszelle ist noch nicht. 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 Das war's für heute. 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 Ich komm nicht an die Leiter. Der Wasserpegel ist zu niedrig. Versuch's mit dem Brett. Das war's für heute. 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 Adam? Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. durch das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.